Hallo meine lieben Freunde! Willkommen zurück zu New Super Mario Wii U! Ja, es ist endlich mal wieder soweit. Jetzt darf ich wieder wagen. Ja. Was auch sonst, was auch sonst. Hey. Ein Geisterhaus. Da gibt's ein Secret Exit, das weiß ich. Boohoo's Tanzboden. Ach du Scheiß, wird jetzt hier gedanced oder was? Richtig so? Richtig dancing, Alter. Da freu ich mich ja drauf. Ich muss ja kurz mal ein bisschen Decke hier. So, ich will dancen. Das sieht mir bis jetzt noch nicht so nach dancen aus. Aber okay. Einmal hier. Okay, die erste Stuckman Hammer. Das ist mir geil. Ich habe das, was ich wollte. Fuck. Ist das der Dance? Ist das der Dance Party? Alter. Okay, ich weiß auf jeden Fall schon mal, wo der Secret Exit ist. Dafür muss ich mit dem Flughörnchenpilz komplett durchkommen. Habe ich gerade gesehen. Ist okay. Okay. Hallo. Ich hätte das gerne. Danke. Ja, egal. Kein Leben, aber ich habe es überlebt. Und das ist schon mal wichtig. So verliere ich nämlich auch kein Leben. So, wir haben schon mal die erste Mal in Starcoins. Die dritte weiß ich, wo sie ist. Wie gesagt, die ist eigentlich immer beim Secret Exit bei Geisterhäusern. Und da unten ist mein Lieblingslevel, das Gezeichnete. Da freue ich mich schon drauf, aber wir haben noch andere Level vor uns. Äh, besser gesagt, das hier nochmal vor uns. So, da. So. Ich muss hier aufpassen. So. So, jetzt muss ich durchkommen. Ich darf mich jetzt nicht treffen lassen. Oh mein Gott. Nein. Ich war das anders, Leute. Ich beende das lieber so. Alter, wie willst du denn da durchkommen, ohne dich treffen zu lassen? Das ist hart. Das ist hart. Das ist richtig hart. Boah. Nein, ich will mein Pilz nicht verlieren. Ich kann jetzt direkt neu starten. Jo. Das war's. Jo. Ah, ich beende lieber anstatt irgendwie, äh, noch die Chance, dass die Chance besteht, dass ich noch sterben kann. Ich will ja euch keine Leben verlieren. Boah ey. Okay. So, komm. Pilz. Nicht. Treffen lassen. Nicht. Nicht. Treffen lassen. Treffen lassen. Warum hält es sich? Oh mein Gott. Luigi. Das ist nicht eine gute Pizza. Du musst mehr Salami drauf tun müssen. Naja, stimmt, der ist ja klemmt. Da ist ja gar keine Pizza. Egal. Ist doch alles dasselbe. In Italien ist alles dasselbe. Ja. Nichts gegen Italien. Fink dich! Nehmt euch schon mal für die nächsten 15 Minuten keine Zeit, Leute. Wir werden dasselbe machen. Hehehe. Ah, gattlich. Ah, ist das schön. Ja. Wie kann ich einen Ferientag besser verbringen, als die ganze Zeit dieses Level zu machen? Richtig. Es geht gar nicht! Also auf das, auf das. Nichts besseres zu tun bezogen. Luigi. Luigi. Du ziehst dir jetzt mal deine scheiß Latzhose. Ich hab grad keine Ahnung mehr, wie man das nennt. Du ziehst dir das jetzt ordentlich hoch und dann mach mal dann, okay? Ist das ein Deal? Da kannst du dich nicht beschweren, dass deine Hose rutscht. Und ich kann mich nicht über dich beschweren. Luigi! Ich hab doch gerade was gesagt! Ey, was ist was mit dir? Wo ist das? Ein Tanzboden! Das ist ein verfickter... Kack! Genau, ein verfickter Kack. Genau das ist das. So, Luigi. Okay. Wir haben das Item, Luigi. Alles gut. Hier aufpassen. Ja... ...ja... 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 Ja, und da ist ein Bild von mir. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Luigis Mansion. Oh, ist das geil. Danke, Luigi. Dankeschön. Das hat ja nur sechs Minuten gedauert. Oh, Luigi. Vielen Dank. Damit hast du mal was gut bei mir. Oh. Ja, geh in die Burg. Mach dir dein Zimmer. Entschuldige, ne Playstation da rein, dann ist alles gut. Oder ne Nintendo. Ja, ne Nintendo, ne? Äh, finde ich besser. Also nichts gegen Playstation oder so. Luigi gehört noch was von Nintendo oder soll das? Ich war ne Nintendo da rein. Oh Gott, das war das... Nein, das war das Paracupa-Level, oder? Das war das Paracupa-Level. Na, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein! Nein! Nein, ich will das nicht! Ich will... Nein! Oh Gott, nein, 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 nein! Ich will das! Oh, what up! Ich will das nicht! Da war ne Starcoin drinne! Oh, fuck, egal. Egal. Oh! Boah, war das Glück. Nein! 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 Das war so ein guter Versuch! Nein, 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 nein! Alter, ist das euer Scheißernst? Jetzt darf ich das alles ohne den Pilz machen. Also ohne den... Okay, und... Und go! Yes! Okay, wir haben schon mal die erste. Fuck it. Egal. Ich hab die nicht bekommen. Komm schon, komm schon, komm schon. Fuck. Uh, 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 uh. Egal, 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 egal. Kein Leben verloren. Egal, 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 alles egal. Wir haben die erste Starcoin schon mal safe. Das ist sehr, sehr wichtig für mich. Weil das Level... Das ist einfach nur hart. Und wir hatten sogar ne Schnapszahl. Da hab ich gar nicht drauf geachtet. Hallo, lieber Toad. Vielen Dank, lieber... Oh, danke für ein One-Up. Oh, das... Das erfreut mich. wir müssen da natürlich noch mal rein ist ja klar aber ich finde das nicht ganz so schlimm ja danke für das speichern denn uns fehlen nur noch zwei starke ok ich hasse dieses level es ist in je egal in welchem mario teil parakopas entscheidung das heißt parakopas oder käfer ich weiß kupa ist was anderes aber jetzt muss ich mich nicht mehr um die da hinten kümmern schade es tut mir leid wenn ich euch so mega ins ohr schreie aber ich finde das ich glaube die wissen dass man hier sehr oft stirbt deswegen gibt es jemanden leben am anfang wie gesagt es tut mir leid ich euch ins ohr schreie aber das ist nun mal kennt ihr das wenn ihr zockt und ihr verkackt und dann kommt es einfach aus euch heraus genau so ist das bei mir jedes verdammte mal warum kommt denn diesmal kein monat aber da ist aber noch hat angeht geben wir immer nur diese voll freundlich eigentlich auch egal da kommen wir noch mal dran nein nein das war schön auf die couch geworfen und schön umgehauen leck mich nein ich will dass wir heute noch schaffen leck mich doch am arsch oder am schwanz ist mir auch egal aber das level ist eigentlich sehr gut zum leben fahren muss ich ja schon sagen du kommst eigentlich fast immer zwei leben das heißt du kommst immer ein leben plus eigentlich ganz praktisch ich habe schon wieder 30 leben dabei gedacht ich wollte dieses one ups unbedingt haben das ist mir egal das ist mir egal das ist mir egal 32 Leben im Endeffekt Alter, wir haben so viele Leben plus gemacht, ne? Holy shit Boah, ist das schön Ist das... Oh, wir kommen wieder zurück Ey, ich hasse Parakoba Parakoba ist... Oh, nee Parakoba, Entschuldigung So, wir dürfen uns aussuchen, links oder rechts Das suchen wir uns im nächsten Bad aus Ich hoffe, der Part hat euch gefallen Mir im Endeffekt eigentlich auch Also ich hab das schneller geschafft, als ich jetzt gedacht hätte So muss ich ja schon sagen Und, äh, sind wir sehr freuen Wenn ihr im nächsten Bad wieder einschalten würdet Und ich sag bis dahin, Tschüss